Hey, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Anna, Pharmaziestudentin und ich wollte dich gerne mitnehmen während eines Tages in der Klausurenphase. Da habe ich wirklich fast alles mitgefilmt von morgens bis abends, also einfach mal eine andere Art des Vlogs und ich hoffe, dir gefällt diese Art von Video auch. Mein Wecker hat so um 7.15 Uhr geklingelt und ich lade mein Handy auch nicht direkt neben dem Bett, das heißt ich muss sowieso mal aufstehen, um meinen Wecker auszuschalten. Dann habe ich erstmal ein bisschen nicht ins Schlafzimmer gelassen und habe mich trotzdem wieder ins Bett gelegt, aber nur so für 5 Minuten oder so, das sieht jetzt viel, viel länger aus. Ich weiß auch nicht, habe ich irgendwie aus 1000 verschiedenen Perspektiven gefilmt, wie ich am Handy bin, aber nein, normalerweise bin ich nur so 5 Minuten am Handy und check so das Wichtigste mal kurz ab. Ich will mich dann auch nicht unbedingt von irgendwelchen Leuten beeinflussen lassen und meinen Tag von irgendwelchen Nachrichten vermiesen lassen, also ja, versuche ich dann auch relativ schnell aufzustehen und wach zu werden. Nebenbei, dass sich dann irgendwelche YouTube-Videos laufen, höre Musik oder höre Podcasts. Und dann wollte ich mir meine Kleidung für den Tag raussuchen, mussten aber erstmal das Wetter abchecken, um so einen Plan zu haben, was ich anziehen soll. Und als ich das Video gefilmt habe, war es noch ein bisschen wärmer und sonniger, das heißt man konnte auch gut ein T-Shirt rausgehen. Ich habe mir dann ein bequemes Outfit rausgesucht, habe dann aber auch nochmal ein bisschen frische Luft in unsere Wohnung gelassen. Lüften, Lüften ist wirklich wichtig und nach dem Anziehen bin ich dann ins Bad und habe mich da so ein bisschen fertig gemacht, sprich Haare bürsten und mich um meine Hautpflege kümmern. Momentan benutze ich da so ein Gesichtsreinigungsgel, trage das mindestens einmal am Tag auch meine Haut auf, besonders in der Klausurenphase. Besonders, weil ich momentan recht viele Unreinheiten habe. Und das Ganze wird eben nicht besser durch Stress und auch nicht besser durch Koffein und auch nicht besser durch wenig Schlaf. Also versuche ich dann noch was mit meiner Gesichtspflege rauszuholen, aber naja, keine Ahnung. Was ich aber auf jeden Fall immer empfehlen kann, ist das Sonnenschutz aufzutragen, den benutze ich auch im Winter. Im Sommer dauert das Auftragen noch ein bisschen länger, wenn man noch die Arme und so weiter eincremen muss. Aber ich will ja mein Bestmögliches geben, um Hautkrebs vorzubeugen. Anschließend habe ich meine Haare noch so ein bisschen aus dem Weg gepackt, mithilfe einer Haarspange und habe dann meine Tasche gepackt, denn an einem Tag ging es für mich in die BIP zum Lernen. Anschließend habe ich mir dann mein Frühstück zubereitet. Das ist wirklich nicht spektakulär. Also ich kaufe mir entweder Porridge, aber in der Klausurenphase habe ich nicht wirklich Zeit dazu und mache mir einfach meine Haarflocken mit Hafermilch in der Mikrowelle warm. Anstatt meine Haarflocken zu süßen, benutze ich da auch gerne Gewürze, zum Beispiel Zimt oder auch Gewürzmischung. Ich habe dann noch so ein zweites Mischel dazu gegeben mit so ein paar Kernen und Nüssen, in der Hoffnung dadurch mehr Energie zu bekommen. Ja, es sieht wirklich nicht appetitlich aus, aber ganz ehrlich, es macht satt, es geht schnell. Und nachdem ich das dann in der Mikrowelle hatte, habe ich noch ein paar Beeren draufgegeben und Chiasamen und hatte so erstmal genug Energie für die nächsten Stunden. Dann habe ich noch meine Zähne geputzt und bin raus zum Haus gegangen, um in die Bibliothek zu fahren, um dort zu lernen. Ich war ungefähr 8.15 Uhr da und es war schon relativ voll. Also man hat schon sehr gemerkt, dass Klausurenphase war. Ich lente jetzt hier zu Hause und manchmal in der BIP, aber ich finde es einfach schön, manchmal so ein anderes Umfeld zu haben. Vor allem eben, wenn man die letzten Tage jetzt auch schon immer gelernt hat und irgendwann lässt man sich auch einfach ablenken von zum Beispiel Haushaltsaufgaben. Und da finde ich, hat man in der BIP einfach nochmal so ein komplett anderes Umfeld und kann sich einfach besser konzentrieren, wenn die Menschen um einen herum auch am Lernen sind. Und jedoch, wie gesagt, Klausurenphase, ich musste erstmal einen passenden Platz finden. Den habe ich dann auch gefunden, zwar nicht mein Favorite Platz, aber es war okay. Und auf meinem Lernplan stand an diesem Tag ASA, also Arzneistoffanalytik. Das ist unser Chemielabor im fünften Semester. Und Biochemie. Und ich kann schon mal spoilern, für Biochemie habe ich nichts gemacht an dem Tag, weil einfach ASA bei mir die höhere Priorität hatte und es eben auch die frühere Klausur war. Aber auf jeden Fall musste ich für ASA Strukturformeln lernen von entsprechenden Medikamenten, mit deren Indikationen, Wirkungsweise, zumindest eben so grob. Und vor allem eben die analytischen Sachen, also wie kann man das Ganze nachweisen, entsprechende Reaktionsgleichungen dazu. Und ja, es waren eben schon sehr viele Stoffe. Wir haben uns eben mit der Bestimmung von Identität, Reinheit und Gehalt beschäftigt. Und an diesem Tag habe ich eben die Gehaltsbestimmung wiederholt und mir ein paar neue Karteikarten erarbeitet. Ich lerne meine Karteikarten über Anki. Das ist so eine digitale Karteikarten-App, die wahrscheinlich auch die meisten kennen werden. Ich erwähne es trotzdem einfach gerne nochmal, weil ich es wirklich ein cooles Konzept finde. Und ich dadurch einfach viel Wissen in kurzer Zeit in meinen Kopf bekomme. Die Karteikarten hatte ich dann auf meinem Laptop und ich habe eben Notizen gemacht auf meinem iPad. Manchmal habe ich das auch mit einem Zettel gemacht, das geht eigentlich genauso gut. Aber ich muss ehrlich sagen, an dem Tag hat sich das Lernen so lange hingezogen. Und ich hatte nach zwei, drei Stunden immer das Gefühl, dass ich nichts gemacht habe und dass ich noch nichts Neues gelernt habe. Deswegen habe ich mir dann ein paar Altklausuraufgaben angeschaut zur Abwechslung mal, weil man dann sein Wissen ein bisschen mehr anwenden kann. Nach einiger Zeit bin ich aber wieder zu übergegangen, meine Karteikarten für die Gehaltsbestimmung durchzugehen. Ich habe irgendwie auch vormittags gar keine Lernpause gemacht. Normalerweise mache ich so eine Frühstückspause, aber an dem Tag irgendwie nicht. Ich weiß nicht, manchmal bin ich irgendwie so dabei, dass dann meine Lernpause Altklausuren zu machen, also so, dass ich ein bisschen Abwechslung habe. Aber nach einigen Stunden hatte ich dann endlich meinen Gehaltsbestimmungsstapel geschafft und habe mir so überlegt, was könnte ich als nächstes machen. Auf meiner Liste stand nämlich eigentlich sonstige Karteikarten, das waren aber nur so acht. Und dann habe ich angefangen, die Identitätsnachweise zu wiederholen, was 50 Karteikarten waren, die aber eigentlich erst für den nächsten Tag laut Lernplan eingeplant waren. Aber ich war eigentlich schon ganz gut dabei, also habe ich mir so ein bisschen den Stress für den nächsten Tag rausgenommen, indem ich die eben schon teilweise durchgegangen bin. Aber irgendwann war dann mein iPad-Akku leer und auch mein mentaler Akku. Und ich habe mich erst mal sehr gefreut, Mittagspause machen zu können, aber anschließend ging es dann nochmal so für zwei Stunden in die Bib. Und da habe ich mich dann erstmal zur Abschlussklausur überhaupt angemeldet. Also jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich bin dann einfach meine Karteikarten nochmal weiter durchgegangen. Natürlich habe ich nicht alle 50 Stück geschafft, aber ich bin zumindest weitergekommen und habe auch mehr geschafft, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also alles voll okay. Ich war dann so 17 Uhr zu Hause und habe mich erst mal ein bisschen ausgeruht und habe mich dann ums Abendessen gekümmert. Wobei ich erst mal einen Salat gemacht habe und dann aber irgendwie zu voll war, Nudeln oder irgendwas anderes zu kochen. Und mir das Ganze dann in Reispapier eingewickelt habe als Sommerrolle. War wirklich sehr lecker und ist einfach mein Go-To-Gericht im Sommer. Ich liebe es einfach. Und man kann auch einfach so gut variieren, worauf man gerade Lust hat oder was man gerade da hat. So um 19 Uhr bin ich dann in ein Museum bei uns gegangen, denn alle paar Wochen ist lange Nacht hinter der Museen. Und da kommt man eben kostenlos ins Museum rein und kann eben auch an so ein paar Kreativ-Workshops teilnehmen. An dem Tag habe ich zum Beispiel Buttons gebastelt. War wirklich ganz cool und ist einfach eine schöne Aufwechslung. Abends habe ich mich dann mit meinem Freund in der Stadt getroffen und wir sind noch ein bisschen spazieren gegangen und waren noch was trinken und sind dann zusammen nach Hause gelaufen. Und wir waren dann ungefähr so ein Uhr im Bett. Und am nächsten Tag war Samstag und ich wollte ein bisschen länger schlafen. Ich kann es immer nur wieder jedem ans Herz legen. Baut euch Ausgleiche ein. Es ist so wichtig, nicht von morgens bis abends zu lernen. Man ist so viel besser und lernt so viel effektiver, wenn man sich einfach eine Deadline setzt und weiß, okay, heute Abend mache ich mal was ganz anderes. Und mir hilft dann auch wirklich meine Freizeit, mal in den Terminplan oder in die To-Do-Liste einzutragen. Also allgemein betrachtet werde ich in der Work-Life-Balance von Semester zu Semester besser. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Klausurenphase jetzt im fünften Semester war die entspannteste bis jetzt. Was eben auch an meinen Ausgleichen liegt, die ich mir gesetzt habe. Zum Beispiel war ich auch abends oft im Gym oder habe ich mal mit Freunden getroffen oder mit meinem Freund was unternommen. Also ja, so oder so ähnlich sehen meine Tage in der Klausurenphase aus. Natürlich bin ich nicht jeden Tag in der BIP, natürlich unternehme ich nicht jeden Tag was. Aber vielleicht konntet ihr mit dem Video doch einen ganz guten Einblick in meinen Alltag während der Klausurenphase geben. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie dir diese Art von Videos gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!